Welche Lederkombi sollst du dir kaufen in unter einer Minute? Los geht's! Es gibt einen Einteiler und es gibt einen Zweiteiler. Der Zweiteiler ist komfortabler geschnitten, er ist bequemer, er ist tourentauglich. Ich trage zum Beispiel gerade den Laser Touring. Es gibt aber auch den Laser Pro und das ist der Einteiler dazu. Von den Sicherheitsmerkmalen sind beide identisch. Von den Preisen ist der Einteiler um 50 Euro teurer. Der Zweiteiler hat dafür die Möglichkeit, Hose von der Jacke zu trennen und du kannst beim Kaffee gemütlicher sitzen. Und du bist schlicht und ergreifend ein bisschen angenehmer drin als im Einteiler. Aber das Wichtigste bleibt, Laser Pro und Laser Touring haben die Warrior Technologie von Speedy verbaut, die super schützt und gleichzeitig noch die Möglichkeit am Brustprotektor und am Rückenprotektor nachzurüsten. Wenn du nichts mehr verpassen willst, hier einfach folgen!